Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren neuen Let's Play auf meinem Kanal und das ist der American Truck Simulator Assassin's Creed Valhalla Biomutant Cyberpunk 2077 Euro Truck Simulator 2 Formula 1 2021 Far Cry 6 Forza Horizon 5 Forza Motorsport 7 GTA Online Immortals Phoenix Rising It Takes Two Cleaner Bridge of Spirits Life is Strange True Colors Life is Strange Wavelengths Little Nightmares 2 Marvel's Guardians of the Galaxy Projekt Unread Server Resident Evil Village Snowrunner Der Nachfolger von Spin Tires The Crew 2 Podge Dogs Legion Folge 1 Wir fangen hier an Oh mein Gott Nein Was? Alter was ist das für eine Scheiße Sowas hat doch nichts mit Fairness zu tun Aktuell beim Rennen immer noch nichts durchgereicht Das ist unser Problem Ja 30 Sekunden um die zu plätten Und noch vier andere Wir haben LaFerrari und Giraud vorbei Nächster ist der Velro Boah die Runde ist schön lang Das mag ich Da haben wir sogar jetzt Ja mach ich doch Egal ich kann hier nicht rechts fahren Man Ey Ich 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 Ey Ich bin doch schon wieder ausgewichen Alter Ja Du Wichsgesicht Junge Was soll denn das Auszubrechen Gar nichts Der Wird auch wunderbar Zucker Ach du Kacke Ja Okay Ne Das war ja jetzt gerade Fail Scheiße Boah Das ist ja schön sein hier Wie kostet Boah Chef Schenko Chef Schenko Digga Er kann mich nicht angreifen Wenn ich gerade eine Kampfanimation mache Fick dich Ist jetzt schon irgendwie ein bisschen belastend Aber Scheiße Boah Digga Ich hasse das Wenn das einfach nicht mal Klar und deutlich Angezeigt werden kann Ne Es ist unglaublich Nö Was bremsst du So 24 Runden Hat es gedauert Aber Ich wünsche einen guten Tag Tschüssi Das ist aber auch kein Skill Also auf der Strecke Auf mich gar nicht klar Ich war draußen Und wer schießt mich denn ab Wer Wo Da ist keiner Können wir die Rotte hier benutzen Hallo Ah ich hab grad nichts Ah ja Perfekt Alter Ja Digga Ich würd mal den Mund Jetzt nicht zu voll nehmen Ah Perfekt Der Alarm ist kaputt Und das Äh Lotz trotzdem Nice Never Ever War das man selbst Mit voll aufgetuhtem Karre Mittlerweile nicht mal Auf der zweitschwierigsten Stufe Überhaupt ne Chance hat Äh Weiß ich nicht Da muss Microsoft Auf jeden Fall nochmal Bei den KI Mach doch hin Ja Digga Schlag halt nicht Kein Problem Komm ich mit klar Digga Den Modus find ich auch geil Muss ich sagen Wieder mal in großen Lobbys Die wir mal alleine gespielt haben Und dann würde ich sagen War's das für die Folge In der nächsten Folge geht's dann Mit dem Dennis wieder weiter Mit Custom Maps Und dann schauen wir mal Was wir uns da raussuchen Danke wieder fürs Zuschauen Tschüss bis zum nächsten Mal 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 Vielen Dank.